Der BVB fegt wie ein Wirbelwind durch die Bundesliga und will das jetzt auch in der Champions League fortsetzen. Am Mittwoch gibt es das Topspiel gegen Atletico Madrid. Für den BVB eine richtige Reifeprüfung, oder Tobi? Ja, es ist, glaube ich, der stärkste Gegner in der Gruppe und mit den zwei Siegen, die man jetzt schon auf dem Konto hat, kann man relativ befreit in diesen Härtetest gehen. Und ich glaube, dass der BVB jetzt gegen Atletico wirklich eine Top-Mannschaft, Lucien Favre hat es heute auf der Pressekonferenz gesagt, für ihn eine sehr, sehr große Mannschaft, die in den letzten fünf Jahren zweimal im Champions-League-Finale gestanden hat und die das große Ziel oder den großen Traum hat, das Finale daheim, ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt, in Madrid im Mai zu spielen. Und da wartet sicherlich ein Kaliber auf den BVB, der vielleicht so in dieser Saison noch gar nicht, oder das so in dieser Saison noch gar nicht im Signal Iduna-Park zu Gast gewesen ist. Und ja, wird spannend zu sehen sein, wie die junge Mannschaft von Lucien Favre diese Aufgabe annehmen und bewältigen kann. Jürgen, einmal zur Ausgangslage in der Gruppe. Ja, die ist optimal eigentlich für den BVB und genauso natürlich für Atletico. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen, stehen da souverän mit sechs Punkten vorne in der Tabelle. Und den Begriff Vorentscheidung gibt es natürlich inhaltlich gar nicht. Aber in den beiden Spielen gegen Atletico wird sich natürlich zeigen, wer denn als Erster und als Zweiter in die Kaore einziehen kann. Die Chancen für Borussia Dortmund sind super. Wenn man noch zu Hause gegen Brüggel spielt am letzten Spieltag in Monaco, könnte bei idealem Verlauf sogar schon das Thema Achtelfinale abgehakt sein. Aber gleichzeitig will sich der BVB natürlich auch nach der schlimmen internationalen Saison voriges Jahr jetzt auch nochmal beweisen und sicherlich auch gegen Atletico gerne mal ein Ausrufezeichen setzen. Mit der Form, die der BVB in der Liga gezeigt hat, sollte das sogar auch möglich sein. Ja, Tobi, in den vergangenen Wochen stand beim BVB eher die Offensive im Fokus. Gegen Atletico wird es wahrscheinlich eher die Defensive sein. Da kommt ein ganz schönes Kaliber auf die junge Borussenabwehr zu. Definitiv. Also Antoine Grießmann ist der Superstar, den Atletico in seinen Reihen hat. Diego Costa spielt noch neben ihm. Also alleine die beiden Stürmer im 4-4-2 von Atletico, die sind schon wirklich mit das Beste, was so in den Strafräumen der Fußballwelt durch die Gegend tigert. Und ich glaube, dass das gerade für die junge Innenverteidigung, wo Manuel Akanji jetzt immer noch ausfällt, für Abdou Diallo und dann Axel Zagadou, die wahrscheinlich die beiden Positionen innen wieder bekleiden werden. Ja, also wir haben ja den Begriff Reifeprüfung eben schon in die Runde geworfen. Und genau das wartet auch auf die beiden jungen Spieler deiner Innenverteidigung. Lucien Favre hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, er traut den beiden das zu. Natürlich gibt es noch viel zu lernen, aber er geht eben auch davon aus, dass die beiden Spieler eben auch Lust darauf haben, diese Aufgabe anzunehmen, sich zu beweisen. Und dazu bekommen sie morgen Abend die Möglichkeit, ja. Jürgen, du bist heute eher für den formellen Teil der Infos zuständig. Wie sieht sein Personal beim BVB aus? Den Ausfall von Manuel Akanji hat Tobias ja gerade schon angesprochen. Sicherlich schmerzlich, den hätte man gerne dabei gehabt, aber ist nicht zu ändern. Auch Marcel Schmelzer fällt aus, der mit seiner Erfahrung sicherlich hätte guttun können, aber er hat weiter Probleme in seinem Knie mit einem Knochenödem da. Jeremy Tollian fällt auch aus, der wäre aber jetzt kein Thema gewesen für dieses Spiel. Fraglich ist noch der Einsatz von Paco Alcacer, der in Stuttgart ja zur Halbzeit rausgegangen ist mit muskulären Problemen. Schien alles nicht so schlimm zu sein, aber Lucien Favre wird sich sicherlich bis kurz vor Schluss da vorbehalten, ihn spielen zu lassen oder ihn eben auch zu schonen, denn ihn dann mit der Gefahr einer gröberen Verletzung ins Spiel zu schicken, würde auch keinen Sinn machen. Ansonsten kann Favre ja vorne aus dem Vollen schöpfen. Christian Pulisic bietet sich auch wieder an, vielleicht als Alternative zu Jakob Rünn-Lasen. Maximilian Philipp hat endlich getroffen, könnte auch vorne spielen, kein Problem. Im Mittelfeld ist sonst, ja, eigentlich Delaney Witzel gesetzt, aber grundsätzlich, ja, noch viele Alternativen dabei. In der Abwehr ist es halt spannend, wie sich dann diese junge Viererkette schlagen wird. Aber da hat der Trainer, anders als auf den anderen Positionen, eben nicht die Qual der Wahl. Ja, wir werden abwarten und Fiebern der Partie entgegen. Wir werden abwarten, wo wir mit einer T pockets fuckin. Vielen Dank.